Howdy, ihr heutigen O'Driscolls, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Freut mich, dass ihr mit am Start seid. So, liebe Freunde, wir sind in Butcher Creek angekommen. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Wie liebende. Wie liebende. Evening. Evening. You know how we get to the caves at Beaver Hollow? You'll get away if you know what's good for you. Come on, they're not gonna help us. I'm pretty sure it's to the north, up the road here. All right, then. Howdy, boah. You help us? We're trying to find a spot called Beaver Hollow. We don't take kindly to outside us around here. All right, thank you. Die Musik ist gerade auch wieder so schön. Kann's richtig schön dir zum Einschlafen anmachen. Gibt's bestimmt auf Spotify, Red Dead Redemption, Soundtrack. Junge, da schlummerst du dir ein paar Minuten weg. Howdy. These Murfrey hills, stranger. Might watch where you wander. Okay. Okay. Bist du dir sicher, Charles? Ich will hier... Also hier will ich wirklich niemanden bestehen, ey. Ja, jetzt doch nicht, oder was? Komm. Wir ziehen's durch. Was ist denn da drin? Warte mal kurz, Charles, bitte. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Was ist hier? Warte mal, warte mal. Naja, okay. Ich glaub hier gibt's nix. All right. Er hat... Jetzt rumschreit. Ich weiß nicht, wie viele Leute gehen an diesen Parken. Just recently, ein Stagecoach von Mannesburg disappeared without a trace coming through here. Guess that's good for us? Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No. But I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots. Which is why we should keep it down. They might have lookouts around. Okay. Jetzt müsste hier gleich der nackte Mann aus dem Gebüsch kommen. Was ist denn da? Ach da. Jetzt müssen wir hier aufhören und folgen sie auf dem Fuß. Wir sehen, wo sie gehen. Okay. Follow mich und bleiben. Wir gehen. Wir gehen mit ihnen. Oh Charles, sicher, dass das eine gute Idee ist. Ähm, Charles? Ja, das kannst du laut sagen. Das ist ja gut. Okay. Let's see what's going on. That's the stagecoach we're missing. Jesus. They must be in the cave. Okay, let's get on with this. Okay, what do you think? We're gonna head into the cave and flush them out with dynamite. Schleichen. Ich will natürlich gucken, was zu einer Höhle abgeht. Ist doch klar. Ich muss gucken, dass ich das nicht mit der Facecam verdecke. Dach man das überhaupt so auf YouTube zeigen? Wo hast du denn hier genascht? Das ist ja gar nicht beunruhigend, die Musik. Ich bin ganz entspannt. Ich hab doch gesagt, ich mach das. Alter, was geht denn hier ab, ey? Was ist denn das für eine kranke Party hier? Komm, ich plündere den, was soll's. Salbe, her damit. Apropos, ich guck mal grad in die... Ach nee, das war ja in der Tasche, ne? Äh, unter Arzneinzutaten. Ginseng-Elixier, komm, gönn wir uns. Keine Wirkung. Oh, boah. Ich mein, soll ich die alle einfach abknallen? Geht schneller. Ja. Jop, das war's dann. Das war's dann. Fuck. Zieh dich, Junge. Oh, 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 oh. Das war ja ein sportlicher Backflip. Oh Gott, da lebt noch eine Frau. Da lebt noch eine Frau. Verpiss dich, Junge. Nee. Lady, ich hol sie gleich da raus! Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Salbei von den Burschen hier. Das soll sich auch lohnen. Ich hab's doch gesagt, die sind krank. Wie scheiße hier, Alter. Ja, der da oben. Speckneck. Spielt schön unauffällig, ganz ganz selbstverständlich spielt der da Banjo, ne, macht einen auf oh, ich weiß von nichts, sonst hier unten geht die Party ab. Charles, was machst du mit der Lady? Alter, die haben echt alle irgendwie Kräuter dabei. Johannesbeere, mhm. Eine Herausforderung war doch auch irgendwie, dass ich verschiedene Bären fresse. Vielleicht haben wir ja alles dabei. Violettes Schneeglückchen. So. So. Ich glaube wir haben dann erst mal gut was mitgenommen. Charles, benimm dich! Guarmarum, hmmm. So, komm, das reicht dann. Ready, keine Angst. Oder einen Moment, einen Moment, ich flitze hier nochmal schnell lang. Guck mal hier. Die ist da am Schreien ey. Palatinalskette. War hier noch irgendwas? Hier ne Kiste vielleicht? Ne. Ja doch. Eddie, ich höre sie. Sieht's hier aus. Ich hab halt so Angst, dass ein Cutscene losgeht und wir aus der Höhle raus sind oder so. Und dann nicht mehr können. Oh, wo geht's hier hin? Also ich weiß nicht, ob wir da lang kommen, Freunde, später. Deswegen will ich lieber jetzt mal gucken, was da abgeht. Charles, kannst du die Lady nicht irgendwie ein bisschen unterhalten? Falle ich durch die gleiche Luke nochmal durch. Hier geht's dann wahrscheinlich wirklich einfach raus. Vielleicht ist da oben auch irgendwie ein versteckter Schatz oder so. Kann ja auch sein. Sag mal, wie hoch geht denn das da noch? Ja, okay, hier geht's raus. Es geht hier einfach nur raus. Prima. Vorsicht, Vorsicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, Lady, ich komme. Ich komme, ich komme. Oh, 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 oh. It's okay. It's okay. It's okay. You're safe. It's okay. Come on. It's time to go. It's okay. It's okay. Okay. It's okay. Let's go, girl. Annisburg? Yes, they, 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 um, it's okay, miss. The others, they, they killed them. You're safe now. Just try to breathe. The animals. Alter, einfach. Ich nehme, weißt du was, irgendwann einfach eine Folge machen. Ob nach Butcher Creek und dann Massaker. Ich sag euch, wie es ist. Alle abknallen, das ganze Dorf da. Mach ich dem Erdboden gleich. Was ist dein Name, Miss? Es ist okay. Meredith? You're gonna be home soon, Meredith. And this will all be over. Ja und ich schreit hier erstmal einen Hang runter. So, hier können wir ein bisschen abkürzen. Zack. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Just head for the main street. It'll be easier to walk from there. Miss. Oh. 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 Thank God. Which place is yours? Of course. Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. It's near the blacksmith. Mom! Mom! Meredith? She's alive. Oh, she's alive. You saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy group guys. Oh my God. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here. Let me give you this. Okay. Thank you. Hä? Ich dachte. War B nicht ablehnen? Scheiße. Oh. This is death. Oh no. You leave me alone. You just leave me alone. Thanks, buddy. Oh. Thanks, buddy. Mrs. Downs. Ich wollte das doch ablehnen. Scheiße. Hab ich mich wieder verdrückt, ey. Wie bescheuert das aussieht. Hm. Und nimmt's. Alright, boy. Sitzt da irgendwas im Baum? Achso. Did you miss me? I found her. Drunk in Sandeneath. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master. The Lord God. Almighty. Calm down. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn. I am in him. I ain't her. I need your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them. I tell them again. Now I've got God's ear. You told who what? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery. And I wanted them to kill you. You did what? I loved you, you goddamn bathroom. Go on, sue me. She's crazy. She ain't worth it. You told on me. No, you're not so big now, are you? You betrayed me. What? Just calm down. Arthur. She's a fool. Get her out of here. You know the rules. You are not so big now. Are we, your majesty? Yep. Damn it. Damn it. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you? Mr. Pearson, Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work. All of you. Quit your lollygagging. Get back to work. Yeah. You look up in the rough days. Get back to work. Ha. Uh huh. Yeah, it's all right. I'll never do that anymore. He's on the other side. Yeah, I'll never do that anymore. Where for God? Neuer Tagebuch-Eintrag. Jetzt nicht vor Runke. Oh, die Swanson. Oh, die Swanson. So you think, you think Dux has lost his mind, Arthur? I don't know anymore. I'm not sure I even care. Well, Micah. Micah says you've been saying crazy things about him. Micah. What? Micah macht- Howdy. Okay. Das war echt Molly, ne? Na die. Good morning. This is gonna be a good day. Doch gut drauf? How you doing with all this? I am fantastic. Mach's mir aber nicht den Eindruck. Oh, oh, oh. Okay, sie gehen sich aus dem Weg. How you feeling about Molly? I'm feeling, she got exactly what she deserved. That's what I figured. Okay. Guess I'll see you later then. As if it matters. We're here. And we are safe now. And that is the main thing. Listen to me. You have got... Zu wem spricht der da? Hatsch, alles okay? Hey, get up. I miss... Jose. I surely do. I miss every man. And every woman. That's not very pleasant, Micah. I do. And I would die in their place gladly, if I could. This world is unkind. But it won't break me. Not while I have you by my side. We... We get some money and we can still... Ich lass ihn mal weiter seinen Monolog halten. What? Chance. Was? You okay? Hey Gus. I didn't really know Molly so well. Thanks for your help. Well... Secure in this lovely spot. Well, don't give up on everything just yet. Mhm. Er zeigt mir die kalte Schulter. Alright, dann werde ich mich hier mal schnell wieder rasieren. Tuberkulose ist ja kein Grund, sich gehen zu lassen. Was rede ich da? Okay, so war es nicht gemeint, Freunde. Also, das klang jetzt blöder, als es gemeint war. Können wir das... Können wir das vergessen, bitte, dass ich das gesagt habe? Das war wirklich eigentlich ganz anders gemeint. So. So. So, ich würde den Schnorri noch so lassen. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Können wir uns auch mal wieder umziehen. Was habe ich denn eigentlich noch so? Für Outfits. Kopfbedeckung, Mäntel, Westen, Oberteilung... Hier nicht irgendwie Outfits irgendwo? Da. Ganz oben natürlich. Steht auch da. Ohne den Hut. Oder das mal wieder ohne Zylinder. Ich würde sagen, das aber mit einem anderen Hut. Gut. Okay. Perfect. Ach ja. So, Sadie ist jetzt wieder auf der Karte. Zwischen den ganzen Pferden, ey. Pfeffi, komm! Na? Na, wir können doch mit Mr. Strauss reden, oder ... Du, ja, ich würde dann gehen. Ist doch so das? Okay, mach es einfach. Was? Hä? Nee. Hä? Arthur, steig aufm ... Ey! So, komm! Ah, wir können noch mit Mr. Strauss reden, oder ... zu Edith was haben wir noch wir haben noch Sadie na komm wenn wir schon hier sind machen wir Mr. Strauss aber ich würde sagen das machen wir doch dann nächste Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann nächste Folge wieder wo wir dann mit Mr. Strauss zusammen den Sonnenuntergang anschauen und uns dann zärtlich und romantisch über Schulden unterhalten macht's gut bis morgen ciao und ein bisschen bis zum nächsten Mal die